Vorschriften halten, versteht ihr? Dazu, Chief Brown. Hilfst du uns jetzt, oder können wir uns nicht auf dich verlassen? Nein, schon gut. Tyler, ich weiß, du nimmst mir Fireweed übel, aber es war die beste Lösung. Ich bin nicht sauer wegen Fireweed, sondern weil du meine Schwester sieben beschissene Jahre lang von mir ferngehalten hast. Darum geht es hier? Ja. Das war auf Anraten des Gerichts? Die sind die Experten. Ich hab zugestimmt. Ja, klar hast du das. Glaub mir einfach. Wir haben alle geglaubt, dass es in dieser Nacht Notwehr war. Aber es gab keine Beweise. Ich fass es einfach nicht. Hör zu. Wir konnten nicht sicher sein. Okay. Ich hab versucht, euch beide zu schützen. Bist du noch immer unsicher? Was? Du denkst immer noch, dass die Trennung die richtige Entscheidung war? Sie war traumatisiert. Wir hätten uns gegenseitig gebraucht. Und du hast uns das genommen. Und warum durfte deine Schwester nicht zu dir kommen, als du 18 wurdest? Okay. Bitte. Lassen wir das. Sie wird dir nie sagen, wie sehr sie das verletzt hat. Doch, so war's. Es ging um mich. Nicht um Allison. Sie versteht das. Und drei Jahre sind nicht im Vergleich zu sieben. Stimmt's, Ellie? Eddie wollte das Beste für mich. Es war falsch, uns zu trennen. Sie ist immer eher so ein bisschen diplomatisch, ne? Und auch mehr so auf seiner Seite. Eddie hat nur versucht, mich so gut es geht zu schützen. Die Familie zu schützen. Ich dachte, ich sei deine Familie. Das bist du. Sieben Jahre Trennung haben nichts geändert. Nicht einmal zehn Jahre. Aber Eddie ist auch ein Teil. Okay. Das hört eigentlich gerne. Wir haben uns verletzt. Also, am Ende ist es aktuell so. Eddie gehört zu ihrer Familie. Und Tyler gehört zu ihrer Familie. Aber Tyler und Eddie gehören nicht zur gleichen Familie. Weil Tyler Eddie nicht anerkennt als Mitglied dieser Familie. Weil er ihn ja auch nicht so wahrgenommen hat. Er war ja quasi... Ne, er war nicht quasi. Er war weggesperrt. Punktlos. Ende. Und sie steht zwischen den Stöhnen. Sehen wir nach vorn. Klingt nach einer guten Idee. Ha. Da frage ich mich, wer wen erzogen hat. Er ist so Typ, äh, äh, unter den Teppich kehren. Aufarbeitung steht er gar nicht drauf. Er möchte gern, dass alles immer, äh, immer, immer nett ist. Und so Konfrontationen sind nicht so... Also, Konfrontationen sind vielleicht nicht so sein Ding. Zumindest war es jetzt diese Situation hier. Ja, ich meine, er ist Polizist. Ja, ich weiß nicht. Polizisten müssen wahrscheinlich auch nicht auf Konfrontation stehen. Aber zumindest damit umgehen können. Der ist doch sehr... Er redet... Er erzählt zwar klar, aber auch sehr ausweichend. Also alle bisher sehr ausweichend. Natürlich, die Story muss ja auch ein bisschen gehen. Wäre ja blöd, wenn wir jetzt anfangen, Verbündeten spielen und dann, ja, auch so. Und deine Mutter. Und dann ist alles geklärt. Die können das Haus verkaufen. Wäre nicht. Wäre auch kein Spielerlebnis, ne? Aber, äh, ich finde es nicht gut, dass er da so nicht auf Aufarbeitung setzt. Weil das ist halt wichtig. Gerade auch für Tyler. Er war ja nicht dabei. Wir übernachten im alten Haus. Wir sollten besser los. Wollt ihr erst mal essen? Geht auf mich? Ja. Ich will euch nicht hungrig gehen lassen. Okay. Da sag ich nicht nein. Überredet. Okay. Gehen wir. Er hat sie allein entschieden. Ist ein bisschen schade. Es fällt auf, wenn du jetzt nicht mitgehst. Ja. Wie TF ist das? Oh mein Gott. Am Anfang habe ich ihr gesagt, es könnte in eine gruselige Richtung gehen. Und dann habe ich mich sehr im Sicheren gewogen, weil ich dachte, okay, das jetzt mit diesem ganzen, ähm, Vergangenheitswahrnehmen und, äh, die Stimme, das gegenseitig anderen im Kopf hören. Und das hat mir so viele Life is Strange Vibes gegeben, dass ich mich komplett in Sicherheit gewogen habe. Dass ich gedacht habe, okay, man sieht vielleicht nochmal, wie die da, keine Ahnung, vor irgendeiner Fantasiegestalt oder so wegrennen, so in so einem, äh, Rückblick. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir die auch im Jetzt sehen werden können, können werden, sehen, haben, gehabt, tun, sein werden. Ja. Ich habe Angst. Oh mein Gott. Allison! Allison! Oh, jetzt sehen wir die Nacht. Alter! Alter! Oh! Oh nein, bitte nicht! Sieht man da was? Nein, sicher nicht. Schade. Oh mein Gott! Bitte, Mom! Das mit den Haaren tut mir leid. Ich tue es nie wieder! Ich werde dich umbringen! Nein! Bitte! Bitte! Mom, nein! 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 Mom, bitte! Nein! Ich tue das nicht! Das ist nicht... Ach du Scheiße. Wenn sie kommen, dann sagen wir ihnen das auch. Nein, nein. Ja, wir passen aufeinander auf. Das Turnkobolte so und Brüder und Schwester, alles wird gut, wir schaffen das, bestimmt. Okay, aber da war ja auch diese schwarze Gestalt, vielleicht wollte sie den erschießen. Ich will nicht, dass die ihre Kinder umbringen will, Kapitel 1 abgeschlossen. Elf Prozent haben den Ring ins Wasser geworfen, nur elf Prozent haben den Ring abgelehnt, haben den Ring angenommen. Ich hätte ihn ablehnen können. Oh, das hätte ich aber lieber gemacht. Ich werde, die elf Prozent haben sich auch tierisch geärgert. Allison war wütend, als Tyler, der ihr Geschenk missachtet hat. Allison hat sich gefreut, das Rätsel der Prinzessin zusammen mit ihrem Bruder zu lösen. Haben das Türritze gelöst, haben das Türritze missachtet. Oh, wir hätten die Türe aufbrechen können, interessant. Tyler fühlt sich durch Alisons Vertrauen im Laden bestärkt. Haben Tylers Erinnerungen gewährt, Alisons Erinnerungen gewährt. Tyler spürte einen Keil zwischen ihm und Allison, als sie sich auf der Wache und Alice-Seite stellte. Die 30 Prozent haben sich auf Tyler-Seite gestellt, haben sich fertig sein. Die 30 Prozent Ehre, weil ihr nicht versucht habt, ihm gerecht zu werden, sondern das gemacht hat, was sie auch in echt gemacht hat. Also, dass quasi diese Optionen ernst genommen, weil es war komplett unrealistisch, dass sie sich auf seine Seite in dieser Situation stellt. Weil sie Eddie schon vorher in Schutz genommen hat, immer vor ihm. Daher hätte sie das auch in dieser Konfrontationssituation getan. 100 Prozent. Da bin ich überzeugt von. Tyler gewann Sams Respekt. Haben Sam zur Rede gestellt, haben Sam nicht zur Rede gestellt. Oh, es tut mir leid. Warum habt ihr das nicht gemacht? Dass er empfand wegen Mary ein Mitgefühl mit den Zwillingen. Oh, haben die Wahrheit... Was? 47 Prozent haben die Wahrheit herausgefunden. Respekt. Respekt. Okay. Was war denn jetzt die Wahrheit? Haben Tessa verärgert? Ja, da waren wir auch kurz davor, muss ich sagen. Haben keine Antwort. Er hat... Mein Leben. Ich halte keine Antwort. Eddie fühlte sich von Allison und ihrer Familienrede bestätigt. Als sie sich auf der Wache auf seine Seite gestellt hat. Sie haben sich auf Tyler's Seite gestellt. Okay. Das war wichtig. Oh mein Gott. Also was jetzt? Naja, offensichtlich wird er uns nicht die Wahrheit sagen. Also müssen wir sie selbst herausfinden. Halt. Du willst doch nicht ernsthaft ins Polizeiarchiv einbrechen. Ganz oder gar nicht. Oh, boys. und zuerst. ? Vielen Dank.